Ja, holen wir? Ja, holen wir? So, Timmy. Komm, wollen wir weitergehen? Timmy? Nein, mein Süßer. Jetzt gehen wir wieder auf den Heimweg, ne? Timmy? Ja, das Flugzeug, das war eben eine Transair von der Luftwaffe, die ich da gerade aufgenommen habe, die ist gerade gestartet, von Hannover Langenhagen Flughafen. Die sind ja in Wunsdorf stationiert. Entschuldigung. Ja, das waren zwei Radfahrer, da muss man immer hier aufpassen, in der Feldmarkt, die kommen manchmal auch angeschossen wie die Verrückten. So, Timmy, komm weiter. Timmy, komm weiter. Komm. Wir wollen jetzt nach Hause. Komm. Auf geht's. Komm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020